Wart geht meine Freunde, herzlich willkommen zu Cicu Nomada, ich hab Erdbeer Joghurt. Ha, Erdbeer Joghurt. Äh, von wo kamen wir? Von oben, ne? Ne, von hier oder so. Junge, kannst du mal mitlaufen, bitte? Doch, wir kamen von oben. Ja, Joker hat gemeint, ey, das ist bestimmt deine Stadt. Das ist wirklich deine Stadt, du Idiot. Siehste? Erinnerst du dich an den? Ort hier. Feier. Oder nicht? Werwolf gegen Werwolf, wer wird's gewinnen? Siehste hier, das bist du. Das ist dein Gebiet. Also was für... Ja, Zufall. Ne, das ist da, wo du herkommst. Wir waren schon von jedem an den Ort. Guck mal da, ich verprügele einen Wolf. Guck mal da, ich hau den jetzt auf die Fresse. Ne, du nicht. Wir kriegen alle noch nicht viel. Pass auf, ich hau den jetzt auf die Fresse ein Jahr. Toll, deine Schuld. Ne, 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 ne. Alles deine Schuld. Warte mal. Hast du dir gemerkt, wo lang wir müssen? Irgendwie so nach unten, so links. Feier weiß es nicht. Okay, dann gehen wir zurück. Ist das schein zuerst? Ja, wir müssen noch gucken, wo wir langen müssen. Ah, ein Scherz, Mann. Ach, Mann, bleibt noch nicht stecken. So wie Joker. Joker bleibt in den Rutsch stecken. Du willst mir irgendwas sagen, Alter? Hm. Magst du Schokobongs eigentlich? So, ähm. Pass auf. Hä? Ah, genau. Warte. Klingt wie klingend vermutzen. Ah, guck mal, da rechts. So, wir sind jetzt hier. Schau auf der Karte. Wir müssen einfach nach unten. Und dann nach links. Oder? So, das denke ich da. Sondern ein bisschen nach oben und so. Nach links halt einfach. Ich hab die Musik irgendwie vermisst. Welche? Der die, ja. Aber die wird ja voll oft benutzen, eigentlich. Die ist auch chillig, ey. Aber ich hätt... aber ich hätte eigentlich hätte ich mir jetzt erhofft dass die hier wenigstens eine andere musik gemacht hätten weil das klingt so friedlich weißt du aber das ist ja ganz und gar nicht friedlich ein dorf ist friedlich ja sieht man alle mit werwölfen ja ich bin auch selber einer ich bin ein friedlicher und soll so zufrieden zerfleischen ja toll also friedlich das sind meine kollegen ist meine kursen genau die verfügeln durch sie klaren haltet kommen alle auf einen rufen so runter oder links hier was man nach unten ich will mal ein bisschen wie man ich glaube ich guck mir davon mann speedrun hat von diesem spiel ja es gibt bestimmt auch glitches hier die man machen kann um da jetzt nach zehn sekunden oder so durch zu sein mit dem spiel oder so stimmt ich denke nicht ja vor zwei okis gestanden aber da ich ja chili you money go kraftwasser machen kann mache ich das chili go money go das mp braucht man doch fast eh nicht als ob ich das irgendwie verbrauchen kann so feier kriegt auch noch so schmeißt es ist so wie geld zu schmeißt geld einfach weg als wäre es werflose scheine mp kannst du doch jedes mal aufgeladen wird auch jedes mal aufgeladen so gut wie zumindest wenn du dich bei einer goldenen statue oder so hinkommst erzähl ein bisschen über puding dringendrink der ist halt richtig geil vitalität so kurz das ding die ab so nach oben erstmal nach links kurz rücklehnen und chillen hier dabei so geht einfach nicht kämpfen wir sind schon ich habe keine ahnung wie aber wir sind erscheinbar ganz komplett richtig gegangen das war's ja das war's tschüss meint ihr es kommt noch was ne kommen wir zu denken ihr könntet mich besiegen gut sehr gut ich werde mich um diese körper kümmern geht schon vor zum schloss oh was für leckere seelen sehe ich da ich hebe diese für meinen meister auf er muss es ja nicht wissen ah der sohn des biskönigs ist zurückgekehrt du sagst dass karl lebt du lügst und du mein herr bist dumm genug ist zu glauben aber ich kann dir eines sagen karls seele war für einen wolf sehr lecker kann nicht bewegen sieht aus als bekäme ich heute noch nachschlag junge du wirst karl früher wiedersehen als du denkst stopp ich sagte doch es ist sehr unhöflich jemanden während des essens zu stören wartet wenn ihr erlaubt ist er feier im wald und bin im hinterher gefolgt ich werde ihn selbst erledigen wie ihr erwünscht ich muss gegen den kämpfen ich kämpfe alle mit ihnen alter der hohen sohn alter äh das war ich nicht ne ich weiß ich finde das ist ein lustiger move die schnauze alter so jetzt mach ich den herr klaus kommt schon wieder bam alter hast du das jetzt gemacht ja naja was macht der jetzt weißt du was ich bald bekomme ne wenig geilspoiler haa pissy auf den boden was sagst du dazu pissy auf den boden genau ja feier ich wiederbeleb dich feier bro beschützt mich so jetzt muss aber noch klaus wiederbeleben so komm her so so ich muss jetzt meine fähigkeit jetzt auch mal haben ja ich muss noch einmal schlagen genau so komm her was hast du da gemacht er freunde wen legst du dich an eigentlich lol toll da fuck bin tot schokolade ich kann ich kann ja ich kann dich nicht ich muss dich wiederbeleben das mache ich aber auch so klaus ich kann kein kraftwasser machen funktioniert grad nicht so jetzt wiederbelebe ich dich gut da müsste jetzt jeder hier sein und jetzt alter was machst du denn was denkst du wer du bist hä der lose schau denn auf die pfasse schau denn auf die pfasse pass mal auf jetzt und komm Klaus jetzt musst du noch du zack oh wartet es ab Na, guck mal, der hat Schiss, alter, der Lose. L-Luga! Oh, Feuer! Erlebe das Thron, es lernte dich kurz zum Biestkönig selbst. Worte können meine Eifersucht nicht ausdrücken. Luga! Ich hätte alles begeben, alle getötet, um zu bekommen, was dir von Geburt dazu stand. Aber für mich selbst bloß ein Soldat ohne königliches Blut, es war ein unerreichbarer Traum. Aber du lässt es alles verderben, Feuer. Der ganze pazifistische Unsinn lässt dein Training überflüssig werden. Ich trainierte so hart, wie möglich, damit ich dich irgendwann besiegen könnte. Und das, das ist das Resultat. L-Luga, du bist stark genug, stark genug, um zu erben. Feier eines Tages bis dann. Trainiere weiter. Lass es nicht zu schwach zu werden. L-Luga. L-Luna-Atec, du bist der Mondgeist, oder? Aber ja, ich habe auf eure Ankunft gewartet. L-Luna-Atec, bitte hilf Luga. Okay, mal so hin. Um ihn zu retten, muss ich ihn als Kind wiederbeleben. Das, Luga? Ja, eines Tages wird er vielleicht den Thron des Königs erben. Alles klar, Luga. Ich warte auf diesen Tag. Wenn er wieder normaler Baby allein im Wald. Ja, Tiere nehmen ihn auf und ziehen ihn groß. Keine Sorge, normal für Wiesenmänner. Wow. L-Luna-Atec, wo ist der Mana-Stein? Er ist im ersten Stock des Turmes, der Monddeuter. Altena-Soldaten haben versucht, ihn zu stehlen, aber Luga und seine Leute haben ihn verteidigt. Dann ist er in Sicherheit. Außer Todesnah ist auch in den Herr. Los zum Turm. Ninja. Kannst du mal Stärke machen. Oh, ich auch. Mach doch. Lecker. Wollte sagen, mach doch auch Stärke. Loll, ist trüppelt. Kann ich doch nicht. Und trüppelt habe ich mich selber angespuckt, oder trüppelt es hier von der Dicht? Da ist er, ja. Ich ging einfach. Hier ist der meine Stein des Mondes, weil ich ja den ganzen Wald in ewige Nacht hüllt. Das ist komisch. Ich lebte nie an einem Ort, der in ewige Nacht gehüllt ist. Hey, wohin ging der Todesnah? Wenn er hier wäre, würde ich seine Präsenz spüren, aber er ist scheinbar gegangen. Todesnah, Bigur, Curran, alle sind sie hinter dem Schwert her. Jetzt dürfen wir erst recht nicht aufgeben. Lass uns nach Dior gehen, wie es uns König Richard geraten hat. Dort befindet sich der letzte Geist. Ja, das war aber jetzt ziemlich einfach. Hey, ich will, ich will Feier sein und nicht Klaus. So, Feiner. Dann haben wir das auch erledigt. Ja, ich würde sagen, das war's, was wir für diesen Part. Tschüss.